hier ist alles mögliche drinnen nur farbe wäre auch in dem den ihr nicht so richtig seht warte mal und zwar drei ach wie sony auf drei oder war es ohne slash ich weiß es gar nicht mehr war ohne slash deswegen so so oft habe ich den eben halt noch nicht eingegeben hier ist es nämlich jetzt so sieht nicht so aus wie ich es gerne wollte ich deswegen wollte ich eigentlich immer nur foundations aber die sind anscheinend da nicht möglich gut müssen wir akzeptieren von den seiten wo man es einsehen kann muss ich mir dann eben halt was von außen einfallen lassen und wenn ich da eine wand vor zimmer oder so das ist mir relativ egal irgendwas wird da vorgezimmert so dass man nicht darunter durchgucken kann die ganze zeit okay wir machen noch mal die zwei foundations eben fertig und dann habe ich auch schon fast kein stein mehr so die nehmen wir noch raus die haben wir jetzt auch herstellbar stein 12 und dann wäre der stein wieder ausgegangen ja die brauchen wir dann auch wieder ne oh gott oh gott oh gott oh gott wir brauchen ganz viel stein wir müssen auf jeden fall kleiner los steine fahren vier weil ich wollte mal gucken dann machen wir zwei rein raus und dann müssen wir die pfeiler schon glaube ich benutzen wenn mir das vernünftig gestützt wird 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 zu sprechen komisch sprache ich weiß ähm zwei davon vier davon nein nein jawoll okay ja es ist es ist nicht das wahre also die müssen raus ich will da auf eine höhe schön gedacht sieht scheiße aus stroh dann bauen wir davon zwei so also wir bauen alles um wir bauen alles noch aus stroh es ist viel einfacher nein machen wir nicht wir haben in diesem let's play angefangen mit stein zu bauen von anfang an und wir werden es auch weiterführen ja so habe ich es dann doch schon lieber wenn wir das dann eingefärbt kriegen hier und da hinten und auch was ich noch alles vorhabe okay dann bauen wir mal hier ran ähm dann bauen wir auch hier ran schon okay wir brauchen neue so und ich glaube nämlich wenn wir auf der zweiten reihe schon sind dann müssen wir mit der ersten anfangen dass wir da die stützpfeiler untersetzen und ich glaube dafür haben wir gar nicht mehr so viel stein 36 haben wir hier noch drinnen haben wir hier noch irgendwo stein manchmal haben wir ja das glück oh ja ich glaube dieses mal wir mussten das farm abbrechen das war das problem wegen dem giga denn es war zu gefährlich ich wollte molly nicht aufs spiel setzen ja es sieht danach aus und wir müssen farben gehen wir werden erstmal uns selber neue klamotten herstellen müssen also beine hätten wir noch die zur not haben wir da noch andere ich brauche momentan gerne alles auf erstmal denn wir haben so viel was ihr seht also wir können auch mal den oh hier haben wir noch bessere nehmen wir die einen kopf haben wir leider nicht ja doch hier ich weiß es wird nicht reichen um da hoch zu fliegen eigentlich eigentlich müssten wir wieder ja eisen herstellen aber so viel metall waren haben wir nun mal nicht und ganz ehrlich gesagt da bin ich auch ein bisschen geizig obwohl so viel brauchen wir nicht hm was brauchen wir denn noch rüstung metall ok wir stellen hell mehr wir stellen dann aber die normalen sachen her denn wir haben ich weiß nicht ob wir blueprints haben ich weiß dass auf jeden fall in unserer gruppe welche vorhanden sind dafür reicht doch wenn wir die drei oder nicht die schlimmsten auswechseln einfach titin ist ja nicht ganz so schlimm irgendwo konnte man auch sehen wie meine resistenz gerade ist was die kälte betrifft ich weiß schon wieder nicht welche taste das ist hier küste 6 grad haben wir momentan aber die resistenzen sehen wir nicht Tag 1726 wir sind an der nördlichen küste und wir heißen leider nicht Kirby sondern Kibbi verdammt ja kam damals weil das einlaufen das so problematisch war dass wir schnell schnell alles gehen mussten denn ich habe es fünfmal alles eingegeben erstellt und hier und da und habe dann aus frust einfach nur schnell schnell deswegen sehen wir auch so klasse aus ne also so sehe ich natürlich aus und wenn ich im spiegel gucke oder den angucken sehe ich genau mich okay so wir wollen auf Apex Apex warte mal wenn sie wollen ich glaube unser trug ist auch komplett leer ich glaube da dürfte nicht eine Beere mehr drin sein genau da sind noch die drei Samen drin die auszusehen mit reingekommen sind ach ich habe wieder die Hälfte vergessen abzulegen das ist auch wieder so typisch mit so viel da hoch zu fliegen selber die Taschen voll zu haben ohne Ende habe ich mich wieder ablenken lassen was wir machen können ist wir haben ein Bücherregal das machen wir jetzt auf der Stelle zumindest wird das sowieso nichts bringen aber vielleicht können wir noch einen zweiten bauen dann bringt das was dann müssen wir noch mal kurz hier warten so ich habe gesagt wir bauen irgendwann das hier alles um und wir stellen das im Bücherregal wir haben auch so viel platz gerade wir brauchen das eigentlich hier in der nähe hier hin das war ein Schrank nein okay das ist nicht schlimm denn die weiteren Schränke kommen hier eh rein irgendwo hier ist es ist ein bisschen heller als ein Schrank dann machen wir das sind wir schnelllebig oder haben wir Zeit wir haben immer Zeit ne wir haben immer Zeit okay die großen Schränke sollen eigentlich zwei hier hin dann könnte man hier noch dran vorbeiflitzen und könnte noch auf die Tür schauen denn die zwei sind riesengroß hier sollen eigentlich kleine jetzt ist das Problem ich habe den jetzt so gestellt der wird da doch nicht hin passen denn wahrscheinlich werden die nachher so hingestellt dass das auf Effizienz raus läuft und nicht mehr auf Schönheit so aber wir werden endlich die Dinger los dafür sind diese Schränke wir schmeißen jetzt gerade mal alle aus unserem Inventar da rein es sind nicht viele zum Glück wir werden aber nochmal nachher gemeinsam eins hinstellen dann kann ich nämlich das ganze offscreen mal durchsortieren ich wollte gerne ein nur für Bauarbeiten sprich Wände also so wie das hier ungefähr außer der die sollen mit so Rüstung und Werkzeuge und Waffen und all sowas und die auch raus und dann machen wir eben halt ein für Wände und Co. und was weiß ich nicht alles und für Sättel Waffen Werkzeuge Granaten kommt dann hier einer daneben nochmal dann ist das Thema nämlich auch endlich durch und der Tisch ist dann auch nicht ganz so voll denn der platzt mittlerweile auch aus allen Nähten so haben wir hier nochmal irgendwo Platz dass wir die können wir wegschmeißen also das schmeißen wir weg die nicht die behalten wir das behalten wir auch einfach mal da willst du mal eben da willst du mal eben ja mal eben kurz haha wird wir die ganze Folge lang sein hoffe ich nicht ich hoffe wir kriegen was weg und wenn nicht dann ist das leider so denn das gehört zu hey ich drücke auch noch die falsche Taste zu einem gepflichten Let's Play dazu so wir legen unsere Waffen ab das ist das A und O außer die die behalten wir die werden abgelegt die werden abgelegt die ganze Hedge Klamotten schmeißen wir weg auch das zerstörte das kann auch hier rein wenn das ne passt nicht mehr der Narkotik Pfeil kann da aber noch rein denn die brauchen wir nicht oh ich kann das Gamma gleich wieder verstellen wir schmeißen dich hier nochmal machen dich mal aus stellen das Gamma mal wieder ein runter ich versuche das jetzt regelmäßig eben halt hin und her zu gehen wieder auf 2 runter sieht schon viel besser aus nur ist es Tatsache wirklich so ihr seht einfach wir haben 5 Stäbe dabei was soll denn der Blödsinn 5 Zahnstocher genau ach da kriegen wir nicht einen rein wo kommen die denn alle her ich brauche ein so mehr brauchen wir gar nicht denn wenn wir kämpfen ist es meistens eh dass wir mit der Spitzhacke zuhauen oder ängstlich in der Ecke sitzen so wir schmeißen hier mal ein bisschen was raus genau im vollen Fenster haben wir mit die kann auch raus kann raus kann raus 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 ähm kann auch weg kriegt man immer wieder neu kann auch weg einen Hut brauchen wir jetzt nicht aufsetzen das ist ich glaube das hat der ein oder andere auch schon oft genug glaube ich gesehen jetzt also auch bei anderen ist ja nicht so dass es nur mich hier gibt oh scheiße wie kommen wir denn jetzt hoch ach einmal rumlaufen von hier kommen wir gar nicht da müssen wir auch nicht wir können los wir brauchen ja doch wir können Apex da weg holen boink ähm wir kommen hier unter durch machen die Tür zu so jetzt sieht unser Inventar auch viel besser aus das war mal wieder ein mega Server lag ja und dafür bezahlt man ganz viel Geld denn den zahlen wir aus eigener Tasche so wie alles andere natürlich auch da sind wir nicht anders als ihr genau so ähm Taubsee wir haben ja jetzt nur Bärbel mit ach du Schande was ist ne Taubsee gehört nicht uns ich wollte schon sagen wo ist denn unser Archentables ähm Nessi da Nessi da ist sie doch die kannst du mitnehmen folge uns so jetzt haben wir ja nicht nämlich nicht so viel Gewicht jetzt könnten wir rein theoretisch sagen gut wir nehmen unser Floß mit und packen das da hin ähm wäre keine falsche Idee aber ich wollte jetzt hier keine Riesenfarm Folge draus machen werden wir auf jeden Fall nochmal machen da könnt ihr euch drauf einstellen ach jetzt haben wir den guten Molly verloren könnt ihr euch drauf einstellen auf jeden Fall dass wir das nochmal machen werden dann werden wir uns das Floß wieder mitnehmen unser kleines Hausboot und werden ordentlich ich wollte jetzt gucken dass wir ein bisschen was wegkriegen das Problem ist einfach man möchte viel mehr machen aber die Materialien sind nicht da also das erfahren immer so jetzt ist natürlich die Frage was ist offscreen was ist nicht offscreen und hier und da wenn ich es offscreen mache dann ist es schon ein Teil könnte ich offscreen fahren ja aber wenn ich zu viel glaube ich farme dann hat das schon nicht mehr viel mit Let's Play zu tun dann ist das dann doch eher Richtung A guck mal was ich baue oder ein Guide baut mich nach obwohl sowas wird ja keiner bauen ähm deswegen jetzt farmen wir ein wenig und demnächst machen wir mal wieder eine ordentliche Farm Session denn wir werden noch so einiges an Material benötigen keine Sorge wir sind wirklich wir haben noch nicht mal die Spitze berührt von dem was wir alles machen am liebsten bräuchten wir 10 Schränke voll von allem von allem und dann haben wir vielleicht 10 Folgen gebaut und können wieder neu fahren genau so sieht es aus oh wir haben Nessie verloren wieso ist denn ah ne Nessie kommt oh ich wollte schon sagen warum es denn Bärbel angeht und wieder habe ich die Spitzeige vergessen ne jedes mal wieder ich brauche diesen Crystal Kram ohne Ende und jedes mal lasse ich diese blöde Spitzhacke da zurück das Problem ist nur so hier geblieben wir fliegen jetzt und holen die Bärbel ist dafür schnell genug komischerweise schneller als der Arjun Tavis wir lassen die beiden da oben eben ich hoffe denen passiert nichts in der Zeit wir beeilen uns halten uns ran das Problem ist einfach dieses Crystal Kram Kristall glaube ich schreit sich das jetzt nur noch brauchst du ziemlich für so vieles also ich hätte gerne noch eine andere Tür unsere Innenwände sollen eigentlich noch anders also die in den beiden Türen also ich sag mal alles für das Gewächshaus braucht das das Fernrohr braucht es es gibt so vieles was du damit bauen kannst und wir auch noch bauen möchten so jetzt wird das mit der Landung gleich interessant denn jetzt haben wir ja vorne die Erhöhung und wir müssen da vorne drauf landen oder wir müssen einmal rumlaufen wieder so komm das schaffst du so ist zwar nicht elegant aber hier ist die nämlich drin die Spitzhacke wo ist sie? da tada da haben wir was feines ja das feine haben wir haben wir die von Darker E bekommen weil die vom Alpha gedroppt ist irgendwie so so und hoch da 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 hier ja so aber esos Vielen Dank.